Tja, da war jetzt wieder wegen Siri und so und dass sie sich teleportiert hat und das ist jetzt die Frage, entweder hat sie sich nach Kelly geteleportiert und das hat irgendwie irgendwie eine Explosion verursacht oder so. Oh, da, es war das mit dem Sumpf, wo sie dann schwer verletzt dort ankam per Teleport und das würde erklären, warum sie schon von Anfang an verletzt war. Dann war das mit den Hexen und den Baronen und sie wollte dann hier zurück nach Novigrad, aber irgendwie dann doch nicht. Das stimmt jetzt nicht so zusammen, wenn es dann seitens mal nach Novigrad aufbricht, aber auch hier nie ankam. Tja, und die andere Frage ist dann, falls er doch so anfing mit den Hexen und so und sie dann hier war, das mit Ritospawn und so weiter, dieses Dingsbooms reparieren und hat sie dann teleportiert. Was war das denn für eine Verletzung ganz am Anfang? War das von der Wilden die Jagd, wie sie gejagt wurde? Hm. So. Ja, ist noch vieles unklar. Aber egal, jetzt gehen wir nach Skellige. Es wird Zeit. Mal schauen, ob wir sonst noch wen finden hier. Hm. Wer ist denn hier der Käpt'n? Wer ist denn hier der Käpt'n? Licklatt, okay. Hm. Okay, was soll ich denn hier? Ups. Ja, hoppala. Okay, hier ist wohl nichts. Hm. Oder das gehört diesem Typ, der in der Schenke ist. Wolfstein, hm. Tja, sonst. Was ist denn hier noch? Da drüben ist noch einer, okay. Können wir ihn fragen? Warten wir mal ein bisschen, äh, so. Ist wohl besser. So. So. Äh, dann noch einmal. So. Geh mal aus dem Weg hier. Wer ist denn hier? Wer kann uns da mitnehmen? Du, offenbar nicht. Du bist scheiße. Seemann, Seemann, okay. Was ist denn das? Was war das denn? Okay, ach so, das gehört dem. Na schön. Was ist denn das für ein Geschrei? Hä? Okay, das verwirrt mich. Was? Hä? Hm. Okay, wahrscheinlich ist er der einzige. Der, der das tut. Hm. Eigentlich der einzige. Gehen wir doch mal zu diesem Typen da hin. Vielleicht ist der jetzt da. Jetzt, wo es Tag ist. Mal schauen. Hm. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, ich glaube, das gehört zum Hintergrund hier irgendwie. Dieses Geschrei. Wo ist denn jetzt mit Farschen? Hopp, Mann. Wo ist denn dein Käpt'n? Wo ist denn dein Käpt'n? Oh, ein bisschen niemand. Hm. Okay, wir müssen wohl zu ihm und die 1.000 zahlen. Ist aber ein bisschen scheiße, dass nur jeder der einzige ist. Das ist ein bisschen, naja. Da muss man ja zu ihm gehen. Geht nicht anders. Oder ist hier noch einer? Ein anderer. Da geht weiter. Hm. Hm. Okay, ist hier noch wer? B.A. Seemann, Seemann. Hey, Whitey. Why'd your hair go white? Oh, ein Seemänner hier. Aber kein Käpt'n. Hm. Okay. Also jetzt ist er, aber stimmt, ist er im anderen Haus jetzt. Okay, na gut. Bleibt wohl doch nur er übrig, sonst niemand. Ja, ist er toll. Gut, gehen wir nach Skellige. Hier. Hier. Got the coin? Mhm. Hier. That enough? Hm. Hefty sack. Like a bulls. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolveston never sails sober. The sea goes one way, Wolveston the other. Makes the rock unbearable. Hm. So, ready to set sail? Ja, wir können gehen. Let's go. Ah, ah, ah. First, we must drink to the wind, to good fortune, and to the strength of my Atropos. Okay. Na, so toll. Ja, da ist Gerard fassungslos. Hm. Ja, schön. Hm. 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 Okay. Nein, was ist jetzt los? Hm. Na toll. Na, Piraten. Na toll. Hm. Ja, natürlich Piraten. So. Na, warte. Hier. Dreckssäcke. Hm. So, brennt mal schön. So. Hm. Tja. Hm. Oh, shit. Und. Schiffsbrüchig. Ah, zu geilig. Okay. Hm. Hm. Klon, dein Wolf. Hm. Klon, dein Wolf. Hm. Hm. Wigga that? You're wearing Klonon Krait colors. Ard Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah. Thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who, exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nee. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What are you seeking Skelliga, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Horde Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're mating. Hm. Hm. Very interesting. That's scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got croc wrapped around our finger. Hm. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. Very interesting. Seen her? Know what the sorceress looks like. Aye. Where's black and white? If not for her taste, she'd think she was a beast. Orca. Hm. Fact is. Even those who see her for a wench and gladly push her out to sea. Tits and all. Okay. Hm. What's your name? Steingrim. Well, Steingrim. I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Okay. Okay. Na schön, machen wir auch. Na warte. So. Hm. Had enough. Best finish me now. Cause you'll be fucked once I catch my breath. Hm. It was a good fight. That's enough for now. Okay. Okay. Interessant. Und wer bist du? Doh fast. Okay. Okay. Das ist echt interessant. Tja. Sind wir schiffbrüchig? Na toll. Hm. Hm. Wo sind wir noch gemacht? Hm. Schön interessant. Ja. Wir sind Skellige. Ist ja schön. Hm. Warte macht. Magik. So. Schön. Hm. Na warte dir. Kommt hier her. Ja tsch. Sirene. Hä. Okay. Okay. Ich hatte die anderen in Erinnerung. Okay. Dass sie so sind. Seltsam. So. Komm her du. Hm. Okay. Die sind seltsam. Dass sie so sind. So. Tja ja. Hm. Hm. Ja. Scheiß Sirenen. Ist. War nicht aufgeladen. Eine Sekunde zu spät. So. Hm. Tja. Okay. Hm. Können wir noch das Gold zurückholen? Bunte Leiche. Vom Captain. Wäre schön. Wäre schön. Wenn er hier ist. Und da ist noch ein Nest. Okay. Das ging aber schnell. Kaum gestrandet hier. Und schon ein Nest gebaut. Auf dem Schiff. Hm. So. Okay. Wo ist denn der Captain? Hm. Schön. Schön die Beute looten. Was haben wir hier? Geschichte und Geografie. Hm. Hm. Interessant. Okay. Hm. Hm. Hoffenweise Zutaten. Schön. Was ist mit dem Geräusch? Achso. Worte macht. Okay. Hm. Sonst noch was hier? Eine Truhe. Okay. Hm. Schön. Wo haben wir das abgeschlossen? Hm. Wo sind wir? Wir sind hier. So. Okay. Interessant. Das wird ein Spaß. Wir haben hier noch so einiges. Hm. Tja. Das ging echt schnell. Wie schnell die das gebaut haben. So. tiö. Kann das nicht so toll. Hmm. Ekitna. Das wird interessant. Hmm. Hui. Was sagen wir Ekitna? Hmm. Schön. So, nimm das. Mach dich platt. Mach dich nicht platt. Darf ich dir so bitte herkommen? Was soll das denn? So. Tja ja, netter Versuch. Ah, schönes Gellige. Ich freue mich hier zu sein. So. Wird interessant sein, das zu erforschen. So, jetzt aber langsam bitte. Ich überlege noch Schneesturm, okay? Schön. So. So. Gut. Tja. Okay. Tja. Hm. Okay, können wir was herstellen? Sirenen, absurd, haben wir noch nicht, okay. Ja gut. Quest, short immer noch. Shorty, short, okay. Gut, das war dieses Schiff. Der Käpt'n ist leider irgendwo hin, verschwunden. Mit unserem Geld, schade, hätte ich gern zurückgeholt. Hm. Schade. Äh, naja. Also noch ein Fass zu mitnehmen, oder auch nicht, okay. Dann halt nicht. So. Na schön, Plätze. Ja, ne, gehen wir wieder runter. Hier ist ja noch so einiges. Noch ein Schiff, okay. Da waren die aber fleißig. Diese Typen. Die Ausländer hier fernzuhalten. Hm. So. Okay. Dö, dö, dö. Hm. Okay. Nanananana, nanana, nanana. So. Okay. Können wir das hier noch mitnehmen? Das sind neue Zutaten. So. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Okay. Na komm. So. Okay. Okay, da ist ein Dorf. Wo ist denn das da? Ranweig. Okay. Interessant. Äh, wir sagen, wir gehen zuerst hier hoch. Wir sind mal da hin, bevor wir die Gegend erkunden. Hm. Dö, 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 dö. Aber da würde ich jetzt am liebsten zu Fuß gehen. Das mache ich auch. So. Okay. Ah, schön hier zu sein. Okay, mit Bergen und allem. Interessant. Da bin ich mal gespannt. Auf die Gegend hier. Abzweigung. Okay. Die sehr schön sein soll. Hm. Okay. Wir müssen hier hin. Hm. So. Okay. Hm. Interessant. Ein Bote. Okay. Tschüss. War nett. Hm. Okay. Hm. Okay. Okay. Wer seid ihr? Was ist hier los? Ein Clan. Okay, interessant. Ja, hier. Hier gibt es verschiedene kleine. Hm. Wenn Miretta etwas von der Kontinente will, dann gehe ich auf eine Reise. Schau mir, was du von den Islern bekommst. Interessant. Schwierig sind auf seinem Bein. Was will ich jetzt denken? Hm. Okay, das ist der Neue. Wollen wir mal gerne. Nö. Hm. Ja, was hast du denn? Zeug mal her. Ah, die Karten. Stimmt. So. Also, eine Weltreise-Affäre. Okay. Hm. Wintersfial. Schön. Und das dann noch. Spike Rook. Okay. Okay. Der Sand. Okay. Hm. Na gut. Danke. Tschüss. So long. Haben wir jetzt ein paar Karten? Schön. Hm. 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 Okay, interessant. Na gut. Wir haben jetzt die Karten. Was hat uns das gebracht? Da kommt ein Händler. Okay. Was haben wir jetzt mit diesen Karten? Was hat das gebracht? Oder so können wir jetzt da hingehen. Oder was ist das hier? Hm. Keine Ahnung. Okay, ich muss sagen, das ist echt cool hier. Jetzt verstehe ich, warum die Gegend hier so gelobt wurde. Ich verstehe es. Was ist das hier? Was wollt ihr? Hat das Maul. Wollt mich überfallen. Ich glaube, es hat. Ich glaube, es hat mich überfallen. So. Knauze. So. Tschüss. Hm. Ja, mich zu überfallen. Ich glaube, es hat. So. Da sind jetzt ein paar Bühnen gestorben. Das tut mir aber leid. Hm. Wieder diese Runen da. Okay. Hat das was mit Skellige zu tun? Hm. Oh nein. Oh no. Okay, warte mal. Ich habe noch einen Point. Was ist denn da? Hm. Hm. Du, 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 du. Hm. Okay. Ich weiß nicht. Wir können das hier noch tun. Wirkungsdauer des Tranks. So. Schön. Es ist echt schön hier. Okay. Das wird schön hier zu sein. Alles zu erkunden. Ach man, Division 3. So ein Meisterwerk. Unbeschreiblich. Hm. Holy shit. Let'sch. Cool. Das ist echt cool. Da haben wir gerade die Sprache los. Hm. Ah, okay. Hm. Wo sind wir denn hier? Okay. Aber wie das andere sind, nicht sofort angreifen. Denn die kennen uns nicht. Und so weiter. Wir zum Hafen. Okay. Dann will ich erst mal hier hingehen. Wir sind 是 sehr oft los. Aber der antes bin. We unsettlen. Wir apostles. Ent이드. Ja.